yo hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video hier auf unserem kanal wir spielen heute auch auf pvp heute mal alleine da die select so 1.8 ist noch ein bisschen leggy obwohl optifine drin ist im teccher pack erst mal raus fertig hoffentlich schmieds nicht ab glp keine gute erfahrungen ungespielt ja laufen wir zu ungespielt hoch oha was wort sounds leiser wieso ist es so laut wieso explodiert alles seit wann ist das so ist das normal je das war glaube ich dumm aber nur wenn er jetzt tot ist oha komisch seit wann leckt so sehr ich glaube ich sollte mal wieder ein 17 aufnehmen aber dann war das gerade eben die ender perle von dem der wird sie jetzt wahrscheinlich auf mich abgesehen haben oha seit wann explodiert immer alles sind sind nicht normal mal gucken bin etwas sparsamer mit ender perlen diesmal ich habe ja schon mal ein paar mal mit nico gespielt das ist zwar schon was her aber ne mit dem creeper spare ich noch lieber ein bisschen erstmal ist das normal dass hier immer alles so kaputt geht oha oha ehhh ich bin so schlecht oh mein gott mindestens habe ich ihn jemanden getötet aber es leckt ich bin so unnormal ich bin nicht gewöhnt dass es leckt oh oh oha 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 du lo lo oha Kommt nicht hinterher. Dann bleibe ich mal kurz raus. Noch 5 Teilnehmer. Einen haben wir erledigt. Ich denke mal, die werden alle in der Arena spielen. Geil, Crafter. 4. Oh, 4, yeah. Mhm. Ist das unser guter Freund? Willst mich runterlocken? What? Dieser Myplex-Pixel-Typ, oder wie er auch immer heißt. He's dangerous. Oh, oh. Seit wann explodiert das? Ist das normal? Schreibt's mal in die Kommentare. Ich hab' das noch nie mitbekommen, das ist immer alles explodiert. In die Arena. Geh in das Arena. Nein. Nein. Yeah. What? Das ist doch unnormal. Ich hoffe, das seht ihr gerade nicht. Aber. Los, mach ihn fertig. Ich geh' wieder. Äh. Nö. Ist er tot? Nö. Oh, er braucht'n Gold-Äpfel. Soll ich einen streiten? Ja. Flex. Nö. Nö. Wuh. GG, Geilkrafter. But. Let me take a selfie. Nö. 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 Oh. Oha. What? Äh. Ist normal. Oh ha! Gorm gleich kraft da. Putt, 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 yeah! Putt, 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 put Fuck, kein Ender. Läuft bei dem. Der hat eh noch Enderperlen. Äh, lecks. Leck. Leck, 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 leck. Ich snack den mal lieber. Und geh mal lieber da hin. Nein. Oha, oha, oha. Er wird mich töten. Nein. GG. GG. Was? GG. Ich würde sagen, wir hängen noch einen anderen Spielmodi hinten dran. Mal gucken. Ich überlege es mir noch. Und bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Runde. Wir spielen jetzt Trouble in Terrace Town. Ne, Trouble in Mine Will. Genau, Trouble in Mine Will. Mal gucken. Hoffentlich werden wir Tester. Das würde das Spiel sehr viel interessanter machen. Aber. Och ne. Aber Hauptsache. Wir finden erst mal nicer Items. Nein. Assi. So ein Assi. Schon ist meine Laune im Keller. Auf jeden Fall, das wird die letzte Runde sein. Traitor. Hier ist ein Traitor. Das darf uns niemand anmerken. Sniper's Kacke. Okay, wir nehmen einfach mal den schlechtesten Weg, den wir nehmen können. Oh. Meine Traitor-Punkte. Wenn wir einen Traitor töten, dann ist offensichtlich, dass wir keiner sind. Doch, wenn... Ich kaufe mir gerne die Medi-Packs. Wir müssen die Leute eigentlich nur noch aufstöbern. Hm. Hm. Die Traitor haben gewonnen Yeah, GG Boss Bam Ich würde sagen Das war es dann Hier von der heutigen Folge Alleine Aber Dann würde ich sagen Sehen wir uns beim nächsten Video Und Tschüss Tschüss Das war es dann Das war es dann